ja nur zum fliegen, man kann ja hier nur fliegen, wir wollen ja nicht übertreiben hier, wir wollen natürlich hier nur die, die wir alle treiben, wir wollen hier nur die Gensplänen, ne? ja äh, was ist denn jetzt hier, was her? äh, das passt, das passt, das passt, das passt Regen, Fighter, Bomber das heißt, ich kann meine Planes ja dann nochmal hochrüsten im, äh, in den Squads würde ich doch mal sagen, oder? ja das müsste ich jetzt mal gerade mal schauen ah, ich bin auch keiner Fraktion beigetreten, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten da kann ich die auch nicht beantworten, da während des Matchmakings gesperrt ist, fick dich ja, kannst, du musst du dreimal upgraden, äh, zweimal upgraden das heißt, theoretisch müsste dein größtes Quad, was du jetzt bisher hattest, äh, die Lightnings, äh, ich weiß nicht, ob du das schon so viele EP hast ob der weitergezählt hat oder nicht so, jetzt sag mir mal, warum wir jetzt hier nicht in der Match kommen, Alter, wenn du das kann nicht sagen das dauert, alles gut, alles gut also wir sind schon eine Minute in der Wartesschrange drei Minuten dauert es oder hat das was mit dem Filter zu tun, aber wie ist das denn? ah, ah, passt ah, ey alle Karten haben ausgewählt ja 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 Vielen Dank. Sorry, I set the wrong settings. Alter, echt, jetzt schon zwei Minuten. Oh ja, drei ist normal. Also bis jetzt ging es nur drei Minuten. Jeder will fliegen, also du darfst nur maximal vier Flieger reinbringen. Ich glaube, die haben irgendwo ein Limit rein gemacht. Arsch, Mensch. Nein. Ich habe bisher noch nicht mehr wie vier Flieger gesehen. Gleichzeitig. Also von jeder Fraktion. Steht was da vor einem Changelog oder was? Also, das war jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe vorhin was auch geil. Ein Match gestartet, kamen vier Flieger rein, zwei Reakens, zwei Panzerfahrer, also und vier Paratroopers und einen Infanteristen. Da dachte ich, der Kerl hat's hart. Hat viel zu tun am Boden. Ja. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ah, erstmal Dogfight mit 5 Gegnern überlebt, ja. Wir müssen gucken, dass wir echt zusammenbleiben, das ist wie in der Division, wir mussten nicht zusammensticken hier. Was ist die so einfach bei 20 Fliegern in der Luft? Das Problem ist eigentlich, die klassische Plätze zu kriegen, das ist ein totaler Clusterfuck hier. Boah, dann hat natürlich die Bastard nichts besseres zu tun, als sich jeder fucking AA zu setzen. Wir sind aber nicht ganz ehrlich gesagt, dass wir nicht wirklich mehr fahren. Fuck, scheiße. Ich könnte schwören, beim Testen war die P40 irgendwie noch ein bisschen schneller, ich könnte schwören, die haben so langsamer. Ach, das geht eigentlich auf der Speed, finde ich. Wir spielen mit Debug Controls, ich habe eine GTX-89. Ich denke, wenn sie einfach nur, äh, wenn sie eigentlich alle Debug Controls machen können, dann wäre das gut. Man, 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 was wollen die von mir? Oh ja. Alter, du kannst hier nicht dogfighten, ohne dass ich hier so einen anderen Pissar einmischte, Alter. Alter, ich glaube, Trefekt to fight ist jetzt hier noch nicht so das prickelnde. Oh, das Flugfeeling finde ich jetzt wesentlich besser, sag ich mal einfach. Du willst da, sag ich mal, so durch die Büsche rauschen oder so? Toll. Ja, ich muss sagen, das Flugfeeling hier vorher auf die Pissar, wir waren schon ein bisschen, ja. Ich bin einfach ein bisschen hier. Ja, ich hab mir jetzt auch freigeschaltet, den hat für 3 Spiele gemacht, dann hatte ich sie. Oh, ein paar war da oben, das ist mein Lärm. Ja. Ich weiß nicht, wieso kriegst du die eigentlich immer gecrasht? Die kriegen immer durch den Schirm, es passiert nichts. Ja. 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 Ja, zwei sogar. Haben beide auf den Gassen und dann auch mal ran gegangen. Ah, scheiße. Fuck. Äh, das ist äh... Wenn du ein bisschen zu schnell bist, du kriegst die Kurve nicht mehr, ey. Aber was ganz cool ist, du kriegst jetzt auch noch einen Zusatzpunkt, wenn du assistest. Ach ja, Alter, der Pisser in der fucking AA, Alter, ohne Witze, ey. Nichts Bösseres zu tun hat, sich in die Scheiße, ey, zu setzen. In welcher Sitze? In der A4. Ach so, da hat man jetzt mal zwei AAs reingebaut. Ja, ach so, doch. Ja, da hat man jetzt mal zwei A4. Loll, ey, erst mal. Haha, ein CX ist erst mal ein bisschen. Mein Gott, Alter. Nein, ich habe gegen eine Schaufel verloren. Nein, ich muss sagen, diese kleinen Bombs sind schon irgendwo sexy. Nein, ich habe gegen eine Schaufel verloren. Ja, ich habe gegen eine Schaufel verloren. Nein, ich habe gegen eine Schaufel verloren. Nein, ich habe hier Ja, ich habe gegen eine Schaufel verloren lassen. Das ist größer. Ja, das ist mehr für mich. Aber trotzdem halt Rain-Control zu dem Beschleunigen, das gefällt mir immer noch nicht so ganz, ja Das machst du auch smoother, oder? Ja Also ich hab vorhin auch länger gebraucht, aber es geht eigentlich Okay, das ist ein Heerwein-Panover, das ist in der Nähe Ich kann es nicht so, wenn ich es nicht in der Nähe WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Jaa, erwischt! Double KO Headshot Jaa, einfach mit deiner Scheiß-Besser-Schmidt hier schon am Spawn-Kreisseln Da geht ja schon an Kackreisseln That's why you do not spawn camp Was ist denn los, was wollen die den anderen und dann spawnen? Die Pfisser, man, haben die nichts zu tun oder was? Wenn die Wolken hochfliegen, ist, glaube ich, eine schlechte Idee Gute 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 Target area completely missed. What the hell is that? What the hell is that? ohne witz was echt nervig ist, ist dieses permanente am spawn rumfliegen lieber woanders einspawnen lassen, ganz ehrlich oder? vor allem viel höher man, viel höher, du müsstest einfach irgendwie 500m in der höhe einspawnen und nicht irgendwie, was weiß ich, keine ahnung aber unsere anderen piloten haben wir so richtig gewissen abgelaufen ja wie zwei gegner flugzeuge nur bei uns am spawn kreis ja und er rammt, oh alter was sind das hier für noobs ey well guys we have a lot of noob opponents who just can't spawn and fucking ram ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du einen Anflug an den Parapläne ist das Ding weg Was? 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 Ja, da ziehst du gerade in meine Richtung um so dass ich ja nicht helfen kann Was ist denn? Kann man noch einen drauf, ob dir gerade helfen Die Kurien sind da oder? Was ist los? Ich weiss nicht alter, ich finde das einfach Du hast halt dadurch, dass du immer noch diese Zusatzknöpfe für beschleunigen im Debug drücken musst Ist das teilweise richtig behindert Ja, das ist doof, ja Deswegen musst du es ja auf Smooth stellen Ja, bin ich ja Bin ja in Smooth, aber Um halt im Debug-Modus Abzubremsen musst du nochmal einen extra Knopf drücken Was du früher Das habe ich aber auch schon während des Testens gesagt, dass das absolute Kacke ist, ja Ich dachte, dass du immer Debug-Modus Q und E nehmst oder so? Ja Einfach wie früher, weißt du? Controlled Debug-Modus S Nein, dann deckt mich ja mal Ja, schießt was die Emotion macht, Alter Was ist das denn, Mann? Das ist krass, ne? Ja Ja, aber du spielst das relativ schnell frei nach zwei Matches Hast du das eigentlich Ja Das war's. Ja, man hätte es nicht fliegen, nur in Kreisen. Alter, krieg ich ja so einen richtigen Kackreizer. Das war's. 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 von amerikanern, und dann ging es mit dem europa-gameserver Was ist mit dieser Maus-Sensibilität, alter? Oh, mein Gott! Was ist mit dieser Maus-Sensibilität? 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 Ich hab's jetzt wieder die alten D-Bug Controls, ich hab's auf Automatik gestellt, dann kommst du, weil das fehlt mir, wenn ich aus dem D-Bug rauskomme, dass ich direkt Full-Speed bin, ne? Mhm, okay. Das heißt, automatisch, der geht aus, wenn du nicht was bist? Ja, genau. Ah, okay, ja, super. Wo will der, Junge, den? Voll. So, voll. Oh, scheiße, hallo, wir haben noch einen Netmesser-Speed. Und ich werde auch crashen. Egal, Selbstmord, bevor ich im Gegner einen Kill gebe. Boah, Alter, zwölf, zwölfmal gecrashed, bin richtig mies, ey. Ja, er muss ja. Automatik, sagst du? Ja, probier das mal, dann kommst du aus dem D-Bug, kommst direkt mit Top-Speed raus, weil er speichert dann, wenn du mit W Voll-Pullo reingehst und dann in D-Bug bist und aus dem D-Bug wieder rauskommst, ist er immer noch auf Top-Speed, ja? Ja, und beschleunigt halt volle Pulle, ist er halt. Oh, jetzt kann ich dir zuschauen, dann gucken wir doch mal, was du so fannst. Ja, das haben wir ja lange nicht gesehen, dass ich vor dir bin, ne? Ja, das passt ja schon ab und sehe ja, da kann man. Mhm. 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 Ja, 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 ja. Alles, ja, ja. Ja, 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 ja. Da hat er immer die längste Brüte, die wir uns getroffen haben Ja Uh, ich bin ab drin Ja, die APCR ist von oben, ja Die ein bisschen runter nehmen und die normal leicht hoch, muss gar nicht viel sein Absolut übertrieben, Alter, die APCR Ja, wie gesagt, wenn du mit einem Paraplane die Frontale anfliegst und du bist nicht zu schnell und fliegst dran vorbei, sagst du das Ding los, bevor es überhaupt geflogen ist, ey Das, das... Bauen wir, das bauen wir ein und gucken ob, weil ich kann schwören, die haben nicht suchen, wie er teilweise gleich zurückgebracht hat So, guys, get APCR Ammunition as soon as possible Das verraten ist ja auch neu, oder? OP as fuck Also der Typ ist halt, ne, du fährst hier über die Brücke, dauert halt nicht, dauert hier halt, ne, keine zwei Sekunden, bis dich einen scheiß Camper anschießen, ne? Ja Ja Leute, aber ist der blind? Ja, keine Ahnung, ey Boah Hier Wie ist besser ist das? Boah Ja, und der erste Handknatsch schmeißt der immer vor. Aber Hauptsache ich hab Scope, weil es ist Scope, ganz wichtig, Scope. Okay. Das ist aber auch so ein Schwachsinn, wir könnten einfach nur als Infanteristen einspauen, ne? Also. Was ist denn meine Maussensibilität so niedrig? Der Wahnsinn, jetzt ist eigentlich schon irgendwas freigeschaltet hier, ne ist ja noch nicht vorbei. Ja, zwei Spiegel musst du mindestens noch mal haben. Ja. 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 So, after the first match, I can say APCR is fucking OP. So, you guys should get APCR as fast as possible. Bin ja mal gespannt, was so die Kosten betragen, ne? Okay. 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 Vor allem, Alter, im Shop wird auch noch für Scopes geworben, oh man, das tut so viel, ja. Einfach das ganze Scheiß-Forum hasst Scopes, ja? Und sie wird bewerben es auch noch. Aber ist es gar nicht ironic, dass, you know, everyone hates the Scopes on the forums, and in the Shop, they get advertisement for it. Das sind 46.000 Personen von uns. So, er muss daher... Ja, das ist richtig, die Scopes kombiniert mit der 300m One-Shot ist einfach aus dem Spiel. Und viele Leute unterstützt mich auf die Problems-Thread, und ich wirklich mag das. Ich denke, ich habe schon 63 Upvotes. Ich denke, Boskibro und mich haben die höchste Rated-Threads. So far. Ja, er spricht nur dir, nicht nur dir aus der Seele, er spricht mir aus der Seele und so ziemlich jeden, der, glaube ich, HNG spielt und das Spiel schon für eine längere Zeit spielt. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier vier gegnerische Piloten, wir haben zwei, drei. Na, auch vier gegen vier, ne? Jupp. Das würde mich doch arg wundern, wenn sie doch jetzt echt Clemens reingepackt hätten, ne? Ich glaube, ich baue mal bei... ...2O2. Wieso ist denn jetzt wieder die Steuerung verstellte? Das muss ich mir jetzt mal erklären. Wie mein's? Ja, bei mir hat er sich jetzt wieder komplett die Steuerung zurückgestellt, ja? Kann man die irgendwo übernehmen, stricken, oder? Ja. Scheiße. BABY. Wieso? Das wird durch die Feuerwehr abgedruckt. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH I need like, I don't know, a half of the clip to get a kill Ah, bestimmt gleich mitmachen, oder? Äh, ja, warum nicht? Chilly, hast du den Controls wieder eingestellt, oder was? Bitte? Hattest du denn echt den Controls wieder verstellt? Ja, das... Das hab ich aber schon zu Dinge... Was ich aber auch reported schon, ja? Bei mir speichert der die fucking Controls nicht Oder muss ich irgendwo auf Übernehmen noch drücken? Ach, warte mal, da gab's doch... Ehm, wie dieser verfickte Wohensohn an... äh, wo's den nicht verwecken will, ey, was ist denn da los? Fuck... Ach, ich vergesse mal, dass das hier nicht Days of Wars und die Kugeln nicht insta-fliegen, alter... Und, äh... No, real men jump out of the plane, go to the next camp point and cap the fucking point, that's what real men do. Also earns you that more credits, instead of dying. Und jetzt, alter, insta-kill von der Jagd... Fuck... Und jetzt, alter, insta-kill von der Jagd... Ich habe einen Abriauch mit ihm. Ich habe einen Abhenge, zu vertreten. Ich habe einen Abriauch. Ich habe einen Abriauch mit ihmaven, Ich habe einen Abriauch überge Buddha, die nicht vermutlich im Abriauch zu verbrechen, das hat mich einmal zu bringen. Ich habe einen Abriauch überrascht. Ich habe einen Abriauch über das Bios beginning. Und dann delay es um eine Abriauchung. Auf hätten wir den Abrauch… Abriauch, das ist, dass er machtositiv, dass ich mich unterviel. Mann, lass mich das machen, mei oh mei, nicht mehr zum Kühlen sehen, Leute, zustande. Aber wo sind denn eigentlich unsere Planes hier, halt, haben wir eigentlich hier noch Co-Piloten, oder wie sieht das hier aus, ey, woher haben die Schuhe, 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 Ja, weil, Alter, ich bin und ich hier grad irgendwie mit vier Jaxe. Ich mein, das ist ja nicht so wie bei den letzten Matches, dass ich immer irgendeiner von einem Team einfach mal in die A-Sitze, oder warum auch? Warum auch an die A-A-A-Sitzen? Ich mein, so richtig No-Live, dass sonst mal die anderen Leute auch nicht. Vielleicht doch, die Viehtrecke ist auch ein bisschen weg hinterher, ja. Genau, nur Russische Schuhe, aber mein Weg zu oben, das geht. Oh, was move? Ich kann nicht sehen. Ich war tatsächlich busy. Ich bin jetzt gerade auf den Chat. Oh, ich bin jetzt auf den Chat. Ich bin jetzt auf den Chat. Oh. ... görünze Title Ha ha, der Pia ist klar. Ah, ok. Jetzt kommen noch zwei dazu. Ich komme aber ich komme wahrscheinlich nicht. Oh ja. Das war's. Was ist das? Was ist das? Lebst du noch? Kannst du mich team killen? Ja klar. Was ist das da? Nein, das ist staget. Ich habe einfach herausgefunden, dass die P40-Factory-Ammo ist... ...quite underpowered. Läufst du am Boden? Ähm, bist du unten am Boden, oder was? Nein, ich gleite gerade schön in die Map hinein. Ich kann nicht team killen. Wozu? Wir verlieren ja eh. Ja, er muss mich halt noch rammen, das dumme Stück, ey. Ja, er muss mich halt noch rammen, das dumme Stück, ey. Ja, er muss mich halt noch rammen, das dumme Stück, ey. So, maybe, GQ sagt, dass die APCR läuft viel besser. Vielleicht würde mich mal interessieren. Wow, okay. 5000 Credits habe ich jetzt bekommen. Ja, ich habe 800 bezahlt und habe für 7 eingenommen, so ungefähr. Ja. Habt ihr noch einen Platz für mich? Jo. Hallo, boy! Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht so nachfüllen ist, dann musst du das mal mal eben machen. Ja, dann warte, dann mach du mal einen neuen Score auf. Dann musst du also mal gerade hier... ...was ich jetzt hier freigeschaltet habe. Ach komm, hier 27000 Credits nehme ich mal nochmal in die Hand für APCR. Ja. Ja. Was machst du jetzt? Voll kaufen, oder wie? Ja, ich habe mir den Ribbon die letzte Stufe freigekauft, ja. Ja, tust dir auch leichter dann, später. Bin ich immer gespannt, ob das jetzt wirklich besser läuft, ja. Ja, ich habe den Standard Ammunition, aber jetzt habe ich den APCR, so... ...dinkt, hoffentlich, das besser läuft jetzt. .... ...alle Stage-Maps, oder? Ja, ja. Alter was? Die Amis haben höheren Underdog-Bonus wie die Russen? Was ist das denn, ey? Das ist der Scheiße. Oh, fuck, warte mal. Hehehe. Muss noch mal schon einladen, war der falsche Pilot. Warum kannst du doch da im Squad-Menü wechseln, oder? Nö. Dann hörst du mich jetzt ein. Oh man, das schlägt wie Dreck eher. Ich weiß nicht, was geht denn ab? Ich verstehe ihn. Der ist schlägt wie Benutzer. Man kann nicht sagen, Guba, oder? Schon in der Cure Von mir steht, passiert noch gar nichts Wir sind bei mir nicht mehr am Matchmaking 24 Sekunden, Wartezeit Ah, mir tut mir hier noch gar nichts, ich hab nur ein schlechtes Gefühl, da Ah, kaum ist wieder ein bisschen mehr los, kacken die sauber von denen rum, oder? Meinst du, ja? Ah, ich hab nur ein bisschen mehr los, nicht mehr los, kacken die sauber von denen rum, oder? Ja? Ahh. Es hat doch ein bisschen mehr los, andere zu verknüpfen und Kacken die sauberen, Oh, ich hab heute an Siellen. Also bin mir nicht so sicher, ob wir jetzt wirklich hier im Matchmaking sind, weil bei mir steht nichts, ich kann immer noch hier Nicht bereit und bereit machen und so'n Scheiß, also Dann breche ich mal ab Mach mal nicht bereit, bitte Okay, mach mal bereit Ja, also Ja, tut sich bei mir nichts Ja, jetzt, jetzt tut sich was, ja Ja, ich wollte nur mal, dass er nochmal ein State-Enderung hat, deswegen Hey there So, the servers seem to have a hard time at the moment Wie viele Leute sind denn hier online? Naja Wir sind ja gar mal vom Steam 7-8 im Spiel, ne? Ist eigentlich nix, ne? Ja, aber du weißt ja, 10 Millionen, äh, Accounts, ne? Ich könnte auch den Russischen Theme geben, möchtest du den Russischen Theme? So, ich hab jetzt mal das Russische Theme an So, ich hab jetzt mal das Russische Theme an Super Test Bäh Hier, ich hab jetzt mal das Russische Theme an Ja, ich hab jetzt mal das Ja, ich hab jetzt mal das Ja, ich bin ja Oh, jetzt dauert das wieder... Alter, ohne Witz. Das dauert doch sonst nicht so lange im Stage zu kommen, was denn los, he? Ja, wahrscheinlich zu viele Matches für zu viele Flieger, oder? Was haben Sie geschrieben, was Sie geändert haben, dass du jetzt direkt deine Klasse auswählen kannst, ohne irgendwas hochzuleveln? Ja. Was soll so'n Scheiß bitte? Damit die Leute direkt als Recon mit Gold einsteigen können und direkt dem Leuten noch mehr auf den Sack gehen können. Brauchst du sofort mal einen Panzerfahrer? Hey, Panzer ist geil, ne? Ja. Ja, von Punkte cappen keine Ahnung, also direkt dem Panzer und geb ihm, ne? Genau, und dann... Oh, da kann ich nicht im Country spielen. Oh, krieg so wenig Credits. So, alter, die APCR besser funktionieren. Besser tut jetzt mal funktionieren. So, guck mal, wir haben jetzt neun Spieler von diesen neun Spielern. Dann sind schon wieder wir drei Piloten, plus noch zwei. Passt doch, alles gut. Oh, man. Oh, du hast gestalkt. Kann sein, dass sie die Geschwindigkeit ein bisschen runtergenommen hatten. Ja, das ist genial, ne? Von allen Fliegern. Was haben wir denn hier? Wir haben hier drei gegen vier Piloten. Die AGQ, die MP fühlt sich sehr OP. Die AGQ, die MP fühlt sich sehr OP. Die starten wir direkt in den Powerblendern. Lecker, ey. Ich bin immer noch ein bisschen schmitten Ja, ich arbeite drinnen So, über der Allee gestattet, hochkickt schon. Ne, da ist noch ne Messerspitze drin, Leute, komm von deren Sporen weg, Alter, und helf uns viel lieber. Das ist gerade viel wichtiger hier, ja. Alter, wo komm der denn her, Alter, ist der nicht zu blöd zum Abballern oder was? Meine Fresse, ey, hängt dem da eine halbe Stunde am Arsch und schafft das einfach nicht, oder? Jetzt werde ich aufgehauen. Decksleiner, GQ. Also die ABCR ist ja immer noch so. Also ich find die ABCR auch total schwach, wenn ich das mal mit einer Flugzeug vergleiche, ne. Das geht euch. Ja, aber wesentlich stärker als für ihn. Und da bist du normal, ja. Ja. Einer, mit unserem Paragraphen. Oh, er crasht halt, Alter. Was glaubst du, Mann? Was glaubst du, Mann? Was, zwei, drei, GQ. Was, zwei, drei, GQ. Na, da fahren wir auch jetzt hier. Yes. Ja, Junge, Teamkill Michael. Meine Fresse, du dummer Bastarde, Alter. Ja. Ja, das ist eine neue Plane. Perfekt. Boah, fuck. Scheiße ey. Ich hab vergessen, das funktioniert ja nicht mehr. Ja, you finally get credits for destroying planes. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott. Boah, ihr los einen dran. Jo. Versuch mir mal entgegen zu kommen, ich dreh gerade GQ kommt mir auch gerade vor, sonst räumt man den Ah, der fällt fast aus an, nein Peter Okay Dieser Pfeif hat so stimmt Oh, naja, jetzt müssen wir uns nicht auf, Mann ey So, was haben wir denn hier gekriegt 1.300 5.3, ne 5.4 sogar 5.3, ne 5 Denn kosten 1.400.000, perfekt also geil sind auf jeden fall die missions wo viele paraplains unterwegs sind ja ich tue ich komme gar nicht dazu ich krieg hier permanent habe ich hier ins straight weiter oder hattet ihr die lightning jetzt schon gespielt mit den neuen mechaniken ja aber die ist halt ich sag mal kannst du nicht mehr so wirklich also das im gehst halt übelst langsam ist es wirklich wirklich ground support na okay aber die leitung hat auch noch zwei bomben oder ja ja also dass du kannst nach wie vor tanks so wie gehabt halt noch genau wobei ich sagen muss wobei ich sagen muss dass wir von allen heavy planes ich glaube das deutsch hat auch zwei bomben drunter aber das gute bei dem deutschen ist noch das hat halt noch ein cockpit gunner beziehungsweise rück gunner ja das ist ja schon irgendwie ganz cool ja aber du bindest halt auch wieder zwei leute also ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist ist die lightning denn einer der kleineren heavy fighter jetzt oder ja eigentlich ich sag mal ja ich glaube der vorteil ist einfach du bist alleine zwar in der lightning aber ich glaube ist von allen flugzeugen nach wie vor oder von allen heavy fighter nach wie vor das schnellste ja Oh, I died. K.I. Colax, ein Bug-Hunter hat mich, äh, er nimmt das mal mit, thank you for your help, na dann. K.I. Colax, ja, halt von der DB. Okay. Hm, ja. D-Latin-Fogen oder ein Archiv. Lass! Was? D-Latin-Fogen oder ein Symbol? Oh, nennt sich Archiv! Scheiße, komisch! Ich bin nur abgehackt dann. Oih 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 der. Alter, ein Base Recon, ne? Also wirklich ein nackter Recon, Level Null. Kostet einfach mal eiskalt 551.000 Credits, ey. Wie viel Credits? 541.000. So, Level 12 592.000 und Level 15 950.000. Ja, gut. Du weißt ja, Angebot-Nachfrage, ne? Ja. Deswegen kosten auch diese scheiß Uniformen für die Deutschen halt auch immer so wie viel sie kosten, ne? DQ, die Leute im Chat fragen wie alt du bist und ob du Super Contra 3 von Matari magst. Erstens, über das Alter spricht und zweit, nein. Rule number one, you don't talk about your age. Rule number two, he doesn't like it. Warrior 5 Bunnies. Uh, forward airfield, ne? Another Free Faction fight. Na, das kann ja lustig werden, ne? da hatte die deutschen aber schon verloren 2 vollies 4 piloten 2 infanteristen sind alles vollies jetzt haben sie einen 1 infanteristen dafür viel flieger er kann es nur hoffen dass sie sich verteidigen musste bei dem spiel die deutschen verteidigen und 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 ... 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 Ja, wo geht man denn die Messerschnittsfeld? Perfekt, nicht tief, aber wohl nicht links. Ja, also gut, genau. Okay, da hängt mir schon einer zu fliegen. Das gefällt mir gar nicht. Dein dran wegen dir. Ah, der hat er verletzt. Dein dran bei mir. Warte, ich hole den. Okay, dann gehen wir langsam aus dem Sack. Weil jeder ist weg. Bleib ein bisschen frei. Was, du hast ihn raus. Ich die Bedeutung. Ist eines der Schmerz. Oh, was schmerzt du? Ja, ich verdunke meine Bedeutung. Was schmerzt mich. Wo war's? Und ich werde dich in den Momenten gehen. Ja, ich werde dich in den Momenten gehen. Ja, ich seh's ja, ich komm. Ja, ich komm mal ein, da kommen wir mal so, dass er spielt die hinterher. Was glaub ich, ja du hast einen dran, nimm es so spät, ein Kohlstück. Er hat, glaub ich, abgelassen, er hat abgelassen. Könntest du den chillen, oder? Ja, ich häng mich weiter dran, obwohl Schick gehacken, glaube ich. Nice, danke. Okay. Du mal hinter unserem Fahrrad, nein. Nice. Tschüss. Schick dich im Kissen. Äh, im Meer, ja. Schaut, ja. Da hinten dran, bei mir. Boah, hinter, äh, das ist Spätin-Degang. Geh erlappen lassen. Down. Ja, mit APCR wesentlich angenehmer, ja. Oh. Oh. Ich hab keine Muni mehr. Fuck. Ja, warte ich schon, irgendwie. Wir können Call us the Rook Squad. Na, Alter, was war das denn jetzt für ein Insta-Kill? Warte ich nicht. Also, irgendwie die Hit-Detection... ...bleckt auch ein bisschen, meine ich, bei den Flugzeugen ab. Oh, ich hab einen bei mir dran. Kann dir nur nicht helfen. Wo ist das? Ja, ich hab den Flugzeug also geholfen. So du kannst, die Flugzeug an müssten, aber den Kampf im Kampf ist kaputt. Weil auf Grunde, Sperm und St. Klingel zu helfen. Das ist jetzt hier mal Das ist jetzt hier in der Ruhr 3 Flak kackenreist in meiner Kirche Was ist hier? Ich habe meinen Mutieren! Ja, die sind eigentlich besser als vorher, aber ich denke, da passt einen dran weg hier At least die Ziva-Controls sind nicht so gut, wie sie vor der Plane-Update Nantel ist weg Okay Chile, da läuft einer in deine verrückten Flak von Kirche aus Ja, ich bin gar nicht mehr in der Flak, aber den werde ich mit Okay Hab ich aber geschnippert Man muss sagen, das sah sehr spektakulär aus, heute bin ich jetzt hier so lang gezischt ist die Ja Das hätte auch ins Auge gehen können Ja Du hast ein paar Bede dran Ich weiß, ich weiß Ich spawne einen bei A hinten Wenn du mir entgegen kommst, kann ich dir vielleicht noch helfen Ja Oh, da wird ein guter Träparer Oh, da wird ein guter Träparer Dähmen Ja Da wird ein guter Träparer Ja Ich fühle mich alle Die Schiff steckt ja voll hier aus, außer am Parkschuss in der Heck So, ich kann mal so zu holen Wir kommen gleich Besser, länger nicht Alter Bonus 2 bis 2 Jo Jetzt nur noch Noch Jetzt nur noch eine Danke Ja, und diese Hinterher kommen die auch wieder Mal gucken, wo es so gut Danke Ich habe einen Raum Winter, ja Oh, schon Ja, ich werde noch mehr 자, wo du noch Help me! Wo bist du denn? Ich konnte mich verschweinen. Da ist aber noch einer in der Gegend bei euch, Chili. Ja, ist bei mir dran. Hat aber abgelassen. Ausgejagt habe ich. So, ich bin eigentlich so einfach in unserem Land, wenn wir dann nach rechts rein kommen. Also nicht im Staged. Das ist vielleicht gegen Ende so, dass du noch ein paar Flugzeuge hast und dann vielleicht... So, hier bist du schneller am Küchersen, dass da was noch verrissen ist. Aber wir können tatsächlich auf die Maulung gehen. Oh ja, da bin ich weg, muss ich denn sagen. Okay. Nice, Double Kill. So. 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 So, ja, ich habe einen Screech-Hopper. Nope, und da kommt er als Infanzös mit dem Scope im Busch. Ich kann halt nichts sehen wegen diesem fetten O2, Alter. Boah, ohne Witz, ne? Aber wir liegen gut mit den Planeten, wir haben von allen noch am meisten, ne? Oh, du hast eine Message mit an dir, hallo? Jo. Zwei Message mit, oh, oh, oh. Werkt noch mit? Aber wo ist? Ist wieder leer, ey, fack. Die Flak im Busch noch zu sehen. Die Flak im Busch noch zu sehen. Jo, danke. Gegenüber sein bei dir. Überwegs. Was? Hat er dafür das nicht? Nein! Da, 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 da! Sag, das ist einfach nur für euch. Ist er nicht wichtig. Ich habe dich gefertigt. Immer nach der Flak im Busch-Hopper. Eben, der Schöneck hat sich nicht. Da, da, da! Eben, der Schöneck hat sich nicht für euch. beautiful, la. Eben, dieser Schöneck hat sich nicht für euch. Und da, der Schöneck hat sich nicht für euch. Oh nein! Fuck! Oh, scheiße! Sorry! Ach, kein Ding! Ah, meine Chance aufzuholen! Ich hab die unter mir wegtauben sehen und dachte ich so, alles klar, dann kommst du und wird's wieder hochgezogen, gell! Ich dachte, das krieg ich dann, weil das noch nicht zu dämmen war, man. Ich hab das nicht mehr zurück. ... So, könnte ich uns da antun! Was ist der Kugel jetzt? Abdeckend. Schade ist mal eingeschrautert. Oh, scheiße. Reigeschrautert ist schade. Aber ich muss sagen, du kannst jetzt wesentlich aber bessere Manöver fliegen, ja? Du kannst auch mal jetzt hier einen Übel anbringen und dich einfach mal abhängen von der ganzen Scheiße. Ah, niemand ist jetzt gekifft für die Scheiße. Das ist überneut, ne? Ja. Es ist geil, Alter, wie die Jagd und die Messerspende sind in den Heuchhaken. Ja, ich hab mal den voll getrunken. Ich hab mal den voll getrunken. Ja, warte, ich rennen weg. Alter, wo kommen die denn alle her, Mann? Was geht ab? Ich hab den geleder D. Dankeschön. Ja, die hängt jetzt aber eine dran. Immer noch links weg. Und mich hinhängen. Okay. Okay. Ich häng dran. Hm. Wir werden halt fast beziehen. Das ist ein Drang zu gehen. Das ist ein Drang zu gehen. Ich habe ihn nicht. Wng-ミ-s, wng-m-s, wng-m-s, wng-s, wng-s... Ich hab einen bei mir dran. Warte, Geek, ich will den bei dir weg. Ah super, der andere hat den erwischt, ist nice. Das ist ein John GQ, immer nach links weg, dann denke ich nicht dran. Ich hab ihn abgelassen. Ich hab ihn gebrochen. Ich hab ihn abgelassen. 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 Da braucht es nicht mehr, das ist nicht mehr. Negativ. Genau, muss man hier dran setzen. Ah, das kann man hier aber eher liegen. Wir haben nur 36, die Rechte dann sind noch. Alles klar, das ist ein Saum. Oh, man sitzt an einer Flak bei einer Kirche. Vorsicht. Da freundet einen dran. Oh, Scheiße, Hilfe. Spray, spray. Guck, gibt's noch, ne, gibt's noch. Weißt du. Okay. Ich hab' gesehen, die Jacke hat nicht gewollt. Wow. Hahaha, einen mit dem MG weggezogen und den anderen mit der Bombe. Nice. Ah, der ist im Gebäude hängen geblieben. Und wenn ihr die ersten MG zwischenzeitlich nachladen wollt, dann schmeckt mir einfach alle Bomben raus, ne? Oh, ich hab die Piloten rausgeschossen. Was? Jo, Jacke hab ich noch. Ah. Hm, ich hab jetzt die Jacke, glaub ich, von mir gleich dran. Ich komm hier, ich kann auch spawnen. Oh, Alter, wir haben einen guten Abkommen mit den Planes da. Wow, tatsächlich. Ah, mit Wingman, Alter. Umbezahlbar, umbezahlbar. So, Halo 2 kriegst du ran. Jo. Jo. Ich hab' den hinteren gejagt. Weißt du. Ich fang' vorhanden an. Du musst abbrechen. Okay, ich bin meinen Verfolger los. Bei mir dürfte nur einer dran sein. Ach so. Dann mach ich. So weit. Ja, mir hängen einer dran, der kommt dir jetzt in die... Ja, der kommt zu dir. Ja, der kommt zu dir. Bei mir war so weit, ich will gerne wissen, was rechtes ist. Ich muss ja... Da muss ich gucken, da hinten kommen auch gerne an Russen. Nein, da hab ich geratzt. Wenn die Arme der Explosive eigentlich für irgendwas ist das nützvoll oder sie haben so einen Scheißen. Was denn? Keine Explosive. Ich glaube mit den MG generell, mit den HE geschossen, muss man direkt ein Klasse machen. Dann wird der Infanterie sogar Charakter umfallen. Soll ich mal neu formieren? Jupp, spawne neu einen. Und das ist die neue Plane-Update. So, ich versuche jetzt die... ...Dogfight-Plan für die US-Fraktion. Oh, er muss Arme nicht. Warum denn? Weil er nicht kann. Ich höre jetzt mal bei mir dran. Ich höre jetzt mal bei mir dran. Ich höre jetzt mal bei mir. Ja, und die Jack geht, die dort Jack geht für mich. Ja, ich hole die weg, warte. So, eine Jack habe ich von hier. Jetzt schon weg. Letztlich mal auf die Brücke drauf. Okay, da ist der Feuer in den Arsch. Ja, ich hab' schon was innen. Okay, mal entgegen. Top Speed. Ja, die Deutschen sind D. Ja, die haben sich wieder in den Jacke hängt. Die Deutschen haben noch neun und Russen zwölf. Liga Aber hier hängt sie nicht Ich hab'n aber abgelassen Alter, die cappen O2 und da sitzt echt einer in der Scheiße bei O2 Ich pack's nicht, Mann Was ist bei euch kaputt, Alter? Ihr kleinen Kack-Noobs, ey Dumm wie ein Stück Scheiße, ey Das war knapp Ja, ein wenig Na komm, mach mal nicht da oben, wir sitzen noch mal in die Flak hier, ey Dann ein paar Mal wieder ran Jede Flak ist hier überhaupt besetzt, ey Jetzt warum, bei euch Ich hab' nur die Schweizer Handgranaten Ich finde auch, man sollte hier die... Du hast einen hinter dir dran Ich finde, man sollte auch die ganzen Handgranaten, deutsche Handgranaten bei Amis, etc. Sollte man auch alles komplett rausnehmen, jede Fraktion ihre eigene Handgranaten Er ist weg, Eck hier im Dreh So Ah, da ist noch einer Er darf'n gelassen Ach, hat sich an mir gecrashed Ach, die Ecke wieder irgendwann, Alter Ach, die Ecke wieder irgendwann, Alter Wow, das hat weh getan Ja, ein wenig Das hab' ich gesehen Das hab' ich gesehen Ach, das hab' ich gesehen Ach, das hab' ich gesehen Credits, ein wenig Damn, Credits Ja, ne Ach, das hab' ich gesehen So haben wir aber abgängig können. Ich schließe euch mal ab. Das geht halt nicht rein. Ja, das ist alles klar. Ich hab mal frei. Wir legen alle über die Church. Lass nur die hinteren drei gehen. Die zwei Jax und dann die zwei Messerschläge, oder? Okay, die rechts weg geht. Weckst den EQ. Nice. Du kleinen Pisser, Alter. Ja, warte. Der ist abgedreht. Der hol ich mehr, Alter. Der kriegt jetzt Payback. Der Bixer. So, ich glaub ich hab dich gestreift, oder? Ja, ein bisschen. Das ist mich so ein bisschen, glaub ich, in den Boden dirigiert. So, der vai있ent. whirlwind ist wieder. Ich glaub ich hab ein paar mal hier. Wie? Ich glaub ich hab einen�2 mal hier. Ich hab ein paar mal hier. Wir haben die Treppe und dann? Ja. Und jetzt habt ihr ein paar Mal hier. Aber vorhin? Börscher 2, hier muss noch 9. Ah, das ist eigentlich ein Forward-Air-Field. Ach, Mist. Guck mal, dann ist der Stil dran. Ich bin über Roten. So. Kommt jemand entgegen? Alter, wer packt sich denn Munition auf seinen... Auf seinen fucking G43? Wer macht denn sowas, Alter? Hol den weg, warte ich hier Die haben mich gut erwischt, der Kogel hinter dir Ah, fehlt kein Winkel drauf Der ist raus Spring bei A1 abhören Ja, du hast einen dran jetzt Jojojo Ich hab einen dran Ja, der hat abgelassen, aber jetzt hat's nicht Warte, ich geh auf den Klaus Ah, die ist nicht über den Daten Welter Die hab ich Da, wo? Oho, nein! Oho, nein! Das war zwar so fustig Das war zu fustig Oho, oho Oho, oho Oho, oh Oho 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 Wir haben es. Ach, dann kannst du aber auf den Rumpenteppich legen, wie du den genau richtig kalt hast. 2 über 1. 4 über 1, 2 und 4 über 1. Habt ihr, hallo? Alter, war das knapp. Jungs, Jungs! Sorry. So, die Deutschen haben den Flieger, nur noch die Russen. Ja, ich bin dran bei dir. Oh, einseitig. Oh, der kriegt jetzt einen 3er-Gangbengel. Ja, hat sie schön kaputt. Nein, nur das ist immer noch mit Bock der Luft. Lieber Charlie. Wird's gut. Für Alpha. Vielleicht haben wir keinen Arm. Ja, das ist richtig, ja. Soll ich jetzt über 10? Ich muss noch direkt einchecken. Ja, ich hab eine Mittebombe getroffen, Alter. Und es zählt nicht. Hast du ihn gebombt? Ja, ich hab ihn gebombt und es zählt halt nicht. Es zählt halt nicht, Mann. Das hatte ich so einen schönen Kasten, ey. Ey, ist das bitter. Ist das bitter. Ja. Ohne Witz. Der hat's rum gesehen, ey. Warnach hat ja glaube ich auch keinen Bock mehr. Ja, ich glaube als Scout, äh, als Recon kannst du das machen. Wie gesagt, mit der Scope, äh, aufs Gewehr 1,40. Fliege über 10. Neue Witz. Neue Witz. Neue Witz. Neue Witz. Zwei Powerplanes. Über 10. Ah, ja. Einer ist weg. Neue Flieger 10. Er kann. Das ist der letzte Flieger. Neue Witz. Neue Witz. Neue Witz. Neue Witz. Ja, genau. Ich war auf den nice guy, ne? Ich war auf den nice guy. Neue Witz. Ah, der ist weg. Ja, würde ich sagen. Drei Bahn mit Marzipan, ey, das kann gerabsort werden. Hammer. Wir haben nur 28 E-40 Spawns. Aber was haben die gemacht, ey? Die anderen haben noch über 100 Spawns, ey. Und unsere noch 27. zurückkommt. Neue Witz. Da ist ein Problem. Noch eins. Den hab ich im Fallen erwischt. Ach komm ey. Merkst du wie hart das ist mit dem Hand? Das ist für mich schon ein bisschen way too hart ey. Ich glaub du startest ewig weit raus und kommst dann nicht mal ansatzweise zu dem Punkt, du bist direkt weg, ja? Jo. Und wenn du schnell genug bist, kannst du schieße das Fahrerpland ab, bevor sie auch vorausspringen können, ne? Ja eben, um das geht's ja. Oh mein, wir sind auf dem Tor. Eine Safe. Bei U1 könnt ihr ja mit den Bomben absahnen. Zwischen ins Baracken. Die zwei aufgesetzt. Da steht zwischen Tauer und Baracken. Der Rest von U1 geht hier. Ich denke, es geht hier. Ich denke, es geht hier. Ich denke, es geht hier. Die Lacko 1. Ja. Lacko 380. Das ist ein Fahrt ins Schloss. Weil das sind ja eigentlich normale MGs, keine Machiefkanonen. Wenn die so wild weil der Aul sind, ist die HE eigentlich mehr der Regar mit einem Treffer One-Shot. Das ist ein wenig Treffer. Ach so. Also direkter Treffer. Wenn du daneben schießt, hilfst du nicht. Du musst halt den direkter da machen. Lacko 3 immer noch. Warte, es ist kein Treffer. Aber so wie der gar nicht mehr raucht hat da drin. Das Problem ist, du weißt nämlich welche Bombe als nächstes abgeworfen wird, ja? Ja. Ich glaube, du musst das links, rechts, links, rechts ist das. Macht eigentlich Sinn von der Gewichtsvorteilung her. Da läuft ein Typ B mit in einer Bombe gekackt. Zwei Typen. So, auf dem Markierer. Jop, 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 jop. Einer weg. Den einen hast du erwischt. Den anderen habe ich. Ja. Nice teamwork. Sie wird fast lügen an der O3-Flankstippel, oder? Null. Hahaha. Da bin ich da hängen geblieben. Ja, da sitzt immer noch ein Hey. Da hinten. Da hinten. Dänen. Da hinten. Der ist ja da. Neu. Tja, da hinten, Dänen. Null. Dänen. 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 Oh, die Flakonere ist safe. Also ich muss sagen, der Mechaniker Gold auf dem Piloten Gold wert, ja. Absolut. Flakonere ist vor 3. Ich bin nicht gleich kippen, oder? Ja, ist noch gesperrt, gerade. Ja, das ist noch gesperrt. Ja, das ist noch gesperrt. So, das ist noch gesperrt. Aber du kannst einfach so richtig geiles Braving anzeigen, die machen, die vergehen hast ja. Cool, mit den 60 MGs hat der so einen schönen Streifen. Ja, der hockt in Richtung Flak in der Ecke dieser Mauer. Bei den Eto? Ja. Direkt in den Grafen schreit. Leere Ecke. Ja, er kann. Okay. Okay. Ah, 5.01 ist es, glaube ich. Jo. Ja, das ist noch ein bisschen fest raus. Das ist noch nicht das, man. Ja, das ist noch nicht das, man. Ja, das ist noch nicht das, man. Ja, das ist noch nicht das. es hat die gefangen oh LL 6 ist das dann setzt die nach einer kann es glaube ich direkt umwerfen oder treffen Ah, ja. Ich hab keine mehr Scheiße. Ja, im Anflug. Wo einen sagst du? Lass mal zu zweit und fliegen mit dem MGM, dann kann man volle Kanne da reinämmern. Also ich drehe ihn ab und dann los geht's. Einfach volle Kanne mit 12 MGMs da einfach in das Loch reinämmern. Wie ist das? Glaub ich. Ach, Schipzig. Selbst nur durch Maschinenstoren hier, sehr gut. Äh, der fährt in ein Sofa Richtung Brücke. Kurz hoch. Pass auf die Brücke. Jetzt um die Brücke. Ich auch noch nicht. Hey, Mann. Bitch. Alright. Ich hab tatsächlich mit der Flak abgeknallt, Alter. Ach ja, ich kann nur noch zusehen. Ja, dann schauen wir mal zusehen damit. Guck mal, hat sich dieser Deck eigentlich verboten dabei, oder was? Vielleicht auch noch mal zu. Ich kann nicht weg sein. Und blicken wir mal aus, das ist... Ah, jetzt, man muss nur sich drauf machen. Blicken wir mal, das ist wärm. Ja, wir hören zu. Der Weg scheint nicht zu sein. Blatt. Schade, einsack. Also, der nicht sagt. Braucht gleich die Puppe auseinander runterfallen, ne? Okay, gut, du schmeißt die ein und die andere schmeißt du beim hochziehen, ne? Also... ... ... So, guys, take a guess. What do you think are we going to burn on credits? We got 28 kills, 43 infantry kills, and for some reason I managed to get a cap. ... Glaub ich hab'n... ... im Flügel wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, ich wär... du warst im Nosecam. ... ... und zwar richtig vom Nosecam fliegt, aber gut. ... cierge ... ... ... ... ... ... ... Gott! Jetzt! Junge! Nein! Aber ich hab mich erwischt. Ist mir scheißegal, den hab ich erwischt. Das war mir wichtig. Natürlich müssen wir jetzt warten. Na gut. Aber war das schon mal eine richtig fette Runde, oder? Na, ich bin mal gespannt, was wir verdienen. Welches Combat-Betal-D denn jetzt drin? Komm los und... ...mechaniker. Komm los und Flak wirst du? Nein. Ich hab mal irgendwie gehört, dass man, wenn man Grenadier reinbringt, dass die Bomben irgendwie mehr Schaden machen. Dann kannst du vergessen. Also prinzipiell geht's glaube ich, aber die Flak-Weste, wo ich die draußen hatte, ich wurde so oft von irgendwelchen Luck-Hedger rausgezogen, das war nicht mehr feierlich. Also kannst du keine Flak mehr anfliegen, ohne dass du gefahrlos sofort mit dem Hedger rausgezogen zu werden? Ja. Warten wir jetzt bis zum Kampfbericht, oder gehen wir schon in Neues rein? Jilly, was sagst du? Ich kann eins machen. Los. Wir können, ja. Ja. Jetzt wo wir gespielt sind. Jetzt wo wir gespielt sind. Wir können, ja. Uns Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Der will zu mir. Ja. Ja, na ja. Schau mal auf die nice guys hier. Bist du bei mir dabei? Ja, ich vorkomm nicht mehr richtig ausreichend. Ja, geht denn? Hab ich? Ja. Ja, geht denn in wollen. Nein, der kriegt ja, der kriegt aber gerade richtig hier noch. Super geht. Oh ja, Yakita und Vorsicht. Auffächern. Yakita, die müssen wir laden jetzt. Ja, das ist schon guter, oder? Neujag über A-Seite. Ja, er kann. Voll um A-Seite. Nein, alter. Er zieht auf wie weiß er. Ich wollte ihm die Bombe ins Gesicht schmeißen. Kacke, ey. Neujag. Au. Ich glaub, der hat ja eh drin. Da sind jetzt aber drei. Jetzt müssen wir noch was tun, ne? Sogar vier. Oder? Sogar fünf. Sogar vier. Der ist da weg, der Rotterdamer. Ja, zwei Jax über die Zerberg-C-Linja. Hallo, der Bat? Ich muss drehen, ich muss drehen, oh mein Gott. Ich muss zwei Jags sogar jetzt hinter dir. Ha, die Annoy. Man, hier kam ich. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass der Schaden registriert und dann alles auf einmal addiert wird. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Erst weiche ich die aus, dann kommt der Boy und dann kommt noch der Dritte. Ohne Witz, ey. Ja, ja. Oh, jetzt hab ich noch gesehen. Oh, das ist wirklich großartig. Oh, das ist wirklich großartig. Merde. Da steht wieder los drauf und dreht uns auf den Vorfeld, doch was Ding gecrashed ist. Echt? Ja. Okay. Verleihung, der mischt. Muss der gelohnt sein. Wo sitzt der? Boi, hinter diesem Klan. Klauen. Drei drauf halten hat er keine Chance. Neu war. Ja, er kann das. Zwei war. Nicht schon der im Anflug ist, sonst... Okay, ich setze mich an die Hitze an die Hitze an die Hitze an Nice, ich bin aufgerüstet Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Ich glaube, du hast eine Freizeit, um ein Spiel hier anzugreißen Das war ein harter Winkel, ja? Ja, erstmal ein bisschen weiter zurückziehen Erstmal weg von dem Spawn Wir haben sogar nur zwei verloren Ja Äh, übers Lauf, über die Rollbahn läuft Naja, jo Das sind mehrere, das sind drei sogar Oh ja, jetzt eh, ich fack uns Nein, du hast die HAE nicht, ne? Blöder Alter, ich seh nichts mehr Vor allem, der hat mir noch eine Besuche entgegengeschmissen, ne? Flak besetzt, Vorsicht Jo Versehen Nein, die Jagd gestartet Ah, nee Gibt's noch Napalm statt die Bomben, wir wissen, was die gehen? Was war ich mit einer Jagd? Pumpen mal den Weg vom Secondary Richtung O2 Ja, ich hab' Kinder unserem Kollegen, ne? Ja, ich hab' Kinder, unserem Kollegen, ne? Ja, ich hab' Kinder, unserem Kollegen, ne? Come boy! Top Speed! Groß! Loll, Alter, nice. Das war ein weniger nice. Sorry. Hab ich den Polskopf gedrasiert, oder? Flak gesetzt am Rollfeld, vorsichtig. Ja, ich komm nicht durch mit dem KSF, aber ich pack Tank. Schade, schade. Wo steht denn der mitten drauf? Mitten auf dem Rollfeld. Ja, es sind... ...einen fahren zu einer Flak, der andere bei der alten Medkit-Paraquette. Zumindest die Platt nach A. Uhe Jagd gestartet. Zwei neue Jags, Alignia. Gibt noch einen mehr dran. Eine weg. Was ein Wichser, Alter, ohne Witzende. Zieht halt doch rein, ne? Ja, ja, klar. Oh Gott. Wachst du bei D3 in der Frucht? Wachst du bei D3 in der Frucht? Neuer Jagd an? Wachst du bei D3 in der Frucht? Ich glaube... ...stitte... ...in mir mal... Was man erzählt, ja, wie gesagt, that's how you not do it. Chili, der ist wieder direkt wo der Heim, oder? Ja, die hier. Die Leute wirklich nicht mehr fliegen würden, oder nur fliegen würden, dass man die Echter direkt aufstellen würden, sozusagen, ja. Ja, hallo, das war die Spontanlage. Ja, hier haben wir einen, oder? Ich habe einen Mann bei mir. Drift weg. Da muss man greifen. Ja. Ein alter Korbler, hm? Oh, lol, Alter, hier kann man muss erst mal schön mit... Ha, mit dem Moppel angefahren, haha. Wollten wir das Flugzeug abziehen, besser. Pass mal auf, Koi, da ist jetzt erst mal schön vom Moppelkoppel. So, mal getrunken, runter. Ich will jetzt also diesen verpackten, fußdrehenden Infantry-Modus-Spiel, nee. Weiß ich nicht, ob ich das will. Ja. Panzer auf der Brücke, muss fallen. Ja, und sagst du, die P40 ist OP oder geht? Was? Panzer auf der Brücke, sagst du. Ja, da war vor allem einer. Einer bei unserem Kollegen dran. Der Jagd. Oh man, das kann wieder landen, ey. Moment, mit, ähm, der Klassik-Steuerung. Und als Beschleunigung, habe ich die Automatik drin. Oh man, das ist sehr, sehr gut. Genau, das ist geil. Ich habe und schaffพ Veronica einen D echenton. Das ist schön, ich habe da nicht eingeladen, wie ich. Du bist der Klassik-Steuerung. Moment, oder? so jaks wieder da Boah, Alter, die sind hier irgendwie mal nicht so bekannt. Geht da drauf, was? Böse. Placker, 1-Tag-G. Keine Bogen. Fuck, fuck. Nein, Alter. Da war ich zu abgelenkt. Oh Mann, ey. War sogar ein BA, okay. Fahrzeuge schon mal zwei. Nice. Alter, krass, Alter. Ich kill alles außer den Jeep, den ich killen wollte. Boah, dann war ich zu schwierig. There's no escape from the Bomb Spam. Da war jetzt eigentlich schon die Highs. Freigartig, die Knappen, ja. Ich hab gelesen, die Highs gegen die Bomber ziemlich krass sein sollen. Einfach Piloten easy, easy raus snipen. Klassiker, Alter, wir haben einen Panzer-Rief und Steinbrücke. Ich hab gleich draußen gelegt. Ich kann nur, ich kann nur Dingens-Run machen, hier. Eps. Ich bin durchgekommen, ich glaube es nicht, ja? Ja, ich bin der hinterseite. Voila! Und du hast ihn aber auch nicht gewischt, oder? Ja, ich hab nur AMG, ich hab nichts. Bin grad am Nachwarten. Der fährt aber gerade Richtung Dingens. Gut zwei. Ich bereite gerade einen Bomben-Teppich vor. Gut, Pferdler. Der ist auf dem Rollfeld. Erkannt. Ich bin durchgekommen. Team Köln. Oh, mach, das ist erschwert. Und Team Köln, jawohl. Ja, geht bei mir dran. Ja, geht bei mir. 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 Ja, ja. Ja, geht bei mir. 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 Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, geht bei mir. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Schatz. Dürfte an der Straße sein. Ja, Kinderwehren. Ich bin hier mitten im fucking Nürburgrube landet, ja. Ich kann jetzt hier nicht aufsteigen. Ganz, ganz schlechte Idee, was hier gerade macht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Du warst jetzt wieder verschliffenlich im Wald, oder? Oh, ich war... Ich hab gedacht, ich schaff's durch. Scheiße. So eine Straße ausstatten, oder was? Ja, ich bin halt gelandet, ja. Wollte aussteigen, ging nicht so. Dachtest du mir so, Scheiße, okay. Fährst halt nach links weg, ja. Und, ja, dachte komm. Gehst in den Wald und, äh... Reparierst da, aber Scheiße, was? Ah, kacke. Okay. Hä? Du hast sogar Fenster in der ganzen Welt, ja? Ja. Alter. Credit rain. Credit rain. Credit rain. Wow, 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 wow. Wow, wir sagen 16.000 gegen 3,5. Guter Deal, oder? Hm. Ich könnte mir sogar die Henschel-Dings kaufen, aber die letzte Messer-Spiel würde ich mir immer noch nicht kaufen. Oh, was hab ich denn hier? Ah, erst mal ist das Spiel gecrashed. Oh, Alter, ist ja wie bei der Division hier. Ein Falsches Mini geöffnet, dann schon Gamecrash. Einer mir. Ja, das ist ein Falschesi. afflige, wahrscheinlich geckere Courtlich. Ja, vielleicht auch einfach nur ein Falschesi, und das ist hier. Ja, ob ich hier einen Squad machen kann, ob ich hier genug Squad-Punkte drauf habe, auf den Scheiß Na warte, ich habe den auf einem anderen Account Na, hier muss ich passen, also ich kann es, ich kann es nicht hier Ich kann es nicht hier auf dem Piloten Ich genüge Points Ich kann mal gucken, wo habe ich denn... Achso, Kommando-Punkte habe ich nicht, weil die noch gar nicht so hoch bringen im Rang, ne? Bei mir dürfte es aber klappen, der Dritte kostet 4 Punkte, um einzuladen, richtig? Ja, ich glaube schon, ja Ah, dann dürfte es bei mir klappen Hallo Hey Was kostet denn hier das dicke Henschel-Dinge? 55 Habt ihr eigentlich noch einen Platz? Ja, ich glaube, wir sind gerade, weil wir fliegen ziemlich knapp besetzt, beziehungsweise von den Punkten her Aber wenn ich das hier richtig verstehe, hat die ME 410 oder das 22mm-Kanon durch den Piloten Dann hast du noch ein schweres 13er in der Nase Okay, könnte auch noch vom Piloten sein und ein 13er hinten dran, oder was? Würde ich gleich schätzen, ja So Alex, und du meinst, ich wäre ein schlechter Piloten, ne? Habe ich gar nicht gesagt Glaub schon Ich zitiere, glaub schon Ja, stimmt ja nicht, ich bin alles gleich mal nicht so gut mit der neuen Black Control Ich bin wohl Ähm Vertraut Ja, wahr Das wird schon Ja, dann gib mal hier einen Invite hier, das stinkt gut Ich bin überlegen, ob ich mal hier die ganzen Anfragen mal hier erwischen soll, alter Hast du mir gerade eine Anfrage geschickt? Ja, das wäre ich Last Nightland Brother Dann gib mir dein Ding ins Namen, wie heißt denn du? Last Nightland Brother, warte Hast du mir schon eine Anfrage geschickt? Eigentlich ja Ja, okay, warte, ich habe hier 50 Milliarden Anfragen Da, da, okay Ja Ja Wie du sagst denn hier, das Bomben los, haben wir das hier überhaupt schon auf dem Deutschen? Oh Gott, das sieht bei mir ganz schön aus Na, ich versuche einen von meinen Tatsch, John Na, gut, wir wollen ja eh nur Messerschmitt fliegen, von daher Aber warte mal, wir haben ja hier fancy skinnen, warte mal Verarschen, hab doch das Ding doch aufgekippt jetzt, weil so viel Scheiße jetzt hier Nein, welche bestimmten Maps, wo wir fliegen wollen Hm, ich glaube, das ist eher Latex Wobei, ich sage muss, dass der neue Fabrik-Skin eigentlich schon sehr Nice aussieht, ja Verglichen Aber egal, ich bin Oldschool, ich flieg mir meinen Skin Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Sound muted. 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 Sound bay seats. ... ... no nicht a j- ... so ... ... j- ... ... Mittlerweile wenn du irgendwo auf irgendeine Nude-Seite gehst von Sportlern so kommen direkt 50 Milliarden Fakten und Videos da halt, ne, richtig? Ja. Wie sollst du eine Sprache kennen wenn du noch nicht mal Schriftbild mehr hast, ne? Das war's für dich, Chili. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, die Tchungel ist hier voll auf Fähler Oh mein Gott, die Tchungel ist hier voll auf Fähler Geil ist, ne? Bin hier gerade bei Steam. Und als erstes, wenn man bei Guides angezeigt wird, die 18. Armee und 21. Infanterie-Division beitreten. Ich bin schon die ersten Redscom-P40-OP. Ja. Aber da haben wir vorhin ganz schön was abgeräumt, ey. Ja. Ich bin schon die ersten Redscom-P40-OP. Wenn du denkst, du bist schnell, guck dir das mal an. Ich bin schon die erste Redscom-P40-OP. Untertitelung des ZDF, 2020 Also was ist denn das jetzt hier? Oder was ist denn das hier? Oder was ist denn das hier? Oder was ist denn das hier? Ach, direkt Free Faction Fight! Ja, nice! Aber wie lange hat die Q jetzt gedauert? Socker 8 Minuten also? Ja, genau! Boah, jetzt haben wir ja richtig keinen Ping, ja? 180, sehr gut! Matchmaking, sehr gut! 104 gegen 4 gegen 4 Ja, das wird dann nicht so lustig hier! Ja, das wird dann nicht so lustig! 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 Ja, das wird dann nicht so lustig sein! puff Das ist mal die wichtigen Fumschelie. Ach ja, herrlich, wie der Link hier schon wieder einsetzt. Das ist kein Fliegen, das ist eher ein... Oh, ich hab Fliegen gekippt, ich glaub's nicht, ja. Oh, ich hab's nicht... 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 Da kommt ein neuer Griff jetzt hier rein, der 1 ist bei mir dran Ich hab auch eine P50 bei mir drin Ja, komm Da kommt mir auch eine dran Das kann dir nicht helfen, muss erstmal irgendwie nur einen eigenen Arsch machen Bring auch noch rein, den wir jetzt toggeln Ja, da sind wir an die anderen Piskamaran, die halt scheiße sind, ne? Da sind wir lieber Fahrerplätze Was, Alter, was war das denn jetzt für ein Leck, Alter? Oh mein Gott, ja genau Headshot Spiel, ey Matchmaking, kannst du wieder richtig knicken Landet unten, glaub ich Das ist das Was hat weiß ich heute immer Nimm. Jochen Sof Was Sof Was To Was ist das mit über C2? Wie viel ist es mit C2? 2 von mir sogar Neue kommt noch ein Ich hab eine so weggegriffen Ah, ich fahre auseinander Weil er wohl mit C440 sieg in Richtung Okay Keine Ahnung, nichts besseres zu tun K Schwung Verweiger Sieb Sieben Sieb Sieb Untertitelung des ZDF, 2020 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 Steckt hoch, steht da hinten auf den Höhenzell Ja, das ist einfach komm, lustig Habt ihr den Energieboi? Danke Dann ist auch weg Nice Ja, nice Ich bin direkt vom Schiff gezogen Also von dem Ping läuft es dann noch einigermaßen ordentlich, ey Ja, aber komm, bisschen hinterflugzeug, wenn's mir nah, Alter, ist dann total am Rundspacken, ja Okay, fließt nicht, wir ziehen ihn hier Wann schon leider weg? Wann ist weiter hinter mir? Wann ist weiter hinter mir Oh, meine Maschine, was kommt da? Ist direkt bei mir Ja, er kann Könnte er jetzt eigentlich schnell easy wegziehen die Städte Ja Ja Ja, ist weg Oh, geschossen Jetzt kannst du, jetzt holst du Nein Nein, meine Mutti ist alle im Fack Ach, die ist daneben geschossen Ach, kein Verlasserfeu Ey, mit so'n kleinen Magazin ist das nicht so lustig Hast du noch ne Leertaste? Unter Rundschuss? Leertaste Ja Ja, aber jetzt diese 015-8, oder? Ja, die ist das selbe wie bei 440, ne? Du hast halt zwei davon und bei 440 hast du halt ein paar mehr Ja Das war ja voll aus der Wien da Komm, GVG Mo2-51 Oh, und der Verkackt halt volle Kalm in seiner Homme, ja 240, 2 240, 2 240 240, 240 Ich habe die hier drin Die hier drin Die nämlich keine Die haben keine Wünsche Also hier eine mega Infanterie auf das Feld Von 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 Geil der Leck Richtig geil wspól Vad Was ist der Infanterie? Direkt Mit 180 ping, durch Packet Loss. Die Guaranteed death by not accepting controls. Ich habe schon geschafft mit der P-38 durch die große Ankerhalle zu fliegen. Na ja, muss schon aufpassen, wo du im Kraner schießt. Da sitzt einer von uns dran. Ich habe das Hübel auf der Runway direkt. Ja, der ist weg. Ja, der ist weg. Ich habe einen Kühler auf dem Runway. Ah, ist kein 7-Kill-Kill. Kein 7-Kill, alles gut. Wir sind aus Long Mercy. 2 gegen 1 ist so cool. Jetzt verstehe ich das erstmal. Da will ich... Da Ju, da ist noch der denn hier. Die werden gestockt. Voller Kübel bei weiter. Angehend muss ich mich getroffen. Ja, ist klar. Angehend muss ich mich getroffen. Ja, ist klar. Das muss aber auch wie richtig ist. Ach geil, also wenn ich jetzt im Freecam bin, habe ich auch irgendwie Debugged, ich muss gar nicht CTL zurückhalten, interessanterweise. Witzhaft? Ja, also wenn ich hier im Freecam bin und dann meine WASD bin ich schon im Debugdienst. Ach, deswegen schweig ich manchmal ab. Ja. People off the runway. Ja. Ja. Geht los. Deswegen zieh ich da manchmal ab. Okay. Das war aber klar nicht so. Nee. Das war's zu sehen, was das war's. warum das fliege ich dir jetzt habe? Ich weiß gar nicht, ich habe so einen schöner Lyn, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt nicht aufgefangen 한weise reagiert habe, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch mein Problem μitlauchten bin. Oh, das darfst du ein Punk-Redet-Sort zum gegeben haben du merkst schon wenn du zu dritt fliegst ist es wesentlich effizienter ey 19.000 credits und sechs ausgegeben wunderbar ist doch einwandfrei